so und herzlich willkommen hier auf dem kanal mit dem vielleicht wichtigen ich hab's nichts gegen schreibt es bitte beim inix in die kommentare nein bin nur über ein standort geflogen holbert ja ja und sonst ich weiß nicht was den regelverstoß sie meinen aber so wir gehen dann das weitermachen gibt es halt eine kleine challenge wieder ich weiß es nicht ich kann es hier nie sagen weil das ist immer selber aber wir machen wir da bald auch fleißig weiter so und ja dann sind wir da dabei das und das zu machen weil mir jetzt auch nie sagt er ich sag immer ich bin mal ein bisschen ich sehe mal ein bisschen alles gut die dann und sehen immer in gotten na spaß e-tour-eco-eco-eco auf mein volk naja ich tue gerade sojabohne in uns sitzen warum kann ich hier drauf nicht dünnen was das für eine schade ist kacke ey lasst jetzt Was meinst du mit dem JCB? Hm? Was meinst du mit dem JCB? Der fahrt schön schnell. Jo, das weiß ich. Mein Lkw fährt aber schneller. Wow, die 10 kmh. Wird gleich sehen. Oh Leute, willst du mal nicht hingucken? Okay, das hat sich auch ledig damit. Oh Mann, ey. Jaja. Du musst einfach Zeit sparen, Leute. Zeit sparen ist das A und O hier in dem Play. Mhm. Aber nicht, wenn der Gegner die Regeln falsch stößt. Ja. Dann kennst du dich ja gut wieder aus. Ach, sehr leise. Lauf zu dünn. Jetzt bitte häng dich nicht. So klar, das war so klar. Er hängt sich natürlich an dem Posten hier dran. So. Ja. Ganz easy. Ach jo. So. Und ja, so geht's schön dahin. Und dann sah man das noch an. Und dann... Was ist das? Ja. Es passt auf jeden Fall. Ich find's gut. Warte mal. Ja, das gibt's nicht auf dem Map. Scheiße ey. Warum gibt's das nicht auf dem Map? Was denn? Ach. Das gibt's auf der Map nicht. Das gibt's nur auf Hof Bergmann glaube ich. Nee, das gibt's auch auf ein paar mehr Maps. Genauso wie auf der Ebitrons. Das ist genau scheiße. Das ist scheiße. Schreib's doch mal gerne in die Kommentare, ob man dann trotzdem noch der Challenge, wenn mein Gegner zerstört haben oder nicht, ein Projekt zusammen machen und zwar auf der Hof Bergmann. Ah. Lass dich mal überraschen haben. Hier tatsächlich was. Ah. Dann lass ich mich überraschen. Aber. Leute. Es dauert noch ein bisschen. Bis dahin. Da muss an der Zahl an aktuellen Zahlen in Bull stehen. Und vielleicht. Mal gucken. nicht direkt rein alles. Ich bin ja dasfalls. Mainz. Wann. Was aussieht. Eine, die foplan haben. Der Kollege tut immer nur Geld ausgibt. Keine Ahnung Leute, schreibt mal bitte in die Kommentare, was ich mir noch kaufen soll. Ich bin aktuell echt überlegen, ich würde das Geld eigentlich noch ein bisschen ausgeben. Soll ich schon Kühe gekauft? Nein. Nicht? Krass. Ah, das könnt ihr gleich mal gerade machen. Muss ich zum L.U. gehen, gah? Ja. Servus. Hallo. Ähm, wie schaut's mit Kühe kaufen aus? Ja, du kannst es kaum. Können sie mir die auf den Hof bringen? Ja. Wie viel bringen sie den maximalen Anhänger? Äh, warten, ich muss gerade mal kurz gucken. Ich muss gerade mal gucken, ob sie überhaupt einen haben. Wir kriegen, was wollen sie denn für die Kühe? Kühe, ja. Sechs Stück. Sechs Stück. Sechs Stück. Dann bringen sie mir zwei Ladungen oder so von denen. Ja. Und dann schicken sie mir die Rechnung. Wird das ausmachen? Ja. Muss ich gucken. Muss ich mir in Schöpfchen. Ich habe jetzt auch soweit die Zeit genommen. Äh, wie lange ist das? Ich habe jetzt die Zeit gebraucht, die haben sie ja dann bezahlt. Und so, ähm, ich habe es natürlich nicht mehr Geld betreut. Also. Ja. Okay. Ja, dann machen wir das. Das nächste Mal dann. Jo, jo. Was dann? Schicken sie mir dann andere von den Daten bitte hoch? Jo. Mach ich. Was dann? Bis dann. Bis dann. Bis dann. Äh, Herr Kollege, sie sollen einmal bei mir Lou sein. Ich weiß nicht, du brauchst irgendwas. Jo, jo. Und dann sind wir da gleich fertig. Dann tun wir noch ein bisschen noch. Bissern. Und dann passt es. So. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020